was geht crew herzlich willkommen zu einer neuen folge rage shadow legends mit meiner wenigkeit jo was machen wir heute ihr seht hier gelick ist hart am arbeit na und es hängt damit zusammen dass sich in den fusionen einiges geändert hat und da möchte ich mit euch kurz drüber gehen denn ich habe so meine bedenken für dieses jahr für kommende fusionen und ja lasst uns einfach mal kurz über den fusion status quatschen ich zeige euch bilder dazu und dann war es schon wieder wird ein kurzes knappes video aber ich wollte mal mit euch darüber reden weil es mir aufgefallen ist und einigen im stream auch deswegen jo let's go wir haben gerade gaios fusion wie ihr wisst es gab davor jetzt auch noch nari diffusion ich habe beide mitgemacht geist wollte ich eigentlich nicht machen habe dann einfach gespielt und habe gemerkt okay die events gehen dann habe ich plötzlich zwei meinen ersten platz in events gemacht weil ich wollte efeuerritter spinne et cetera farmen und zack waren wir soweit opa denn derselbe spaß habe ich noch mitgemacht habe ich noch gesagt okay mache ich mit und dann gab es natürlich viele andere fragment fusionen die man mitgemacht hat letztes jahr 2021 habe ich jede fusion mitgemacht das wisst ihr noch da hat mir die challenge dieses jahr habe ich gesagt meist nicht mehr weil es einfach zu viel stress wirklich jede mit zu machen und der punkt ist wie viele dieser fusionen nutzen wir tatsächlich brauchen wir am ende da geht es nicht mit euch drüber ich hatte ja fusion pläne letztes jahr gemacht das hat jetzt ein bisschen abgenommen weil player auch recht spät mit den news und den infos kommt zu den events und dann meistens jetzt auch ihr eigener fusion plan rauskommt deswegen ja aber was wollte ich mit euch bequatschen und zwar habe ich festgestellt und ich zeige ich jetzt einfach mal die bilder wir sehen hier das war jetzt hat ein drachen event für die fusion von nari und da brauchen wir 2250 punkte jetzt denken einige und sagen hey ist doch ganz normal und es gab es doch vorher auch schon ja dadurch dass ich letztes jahr wirklich jede fusion mitgemacht habe weiß ich wie die punkte sind ich habe jede fusion mitgemacht zum teil auf free to play und main und habt auf zwei accounts diffusionen gemacht und gemerkt okay bis zu einem gewissen punkt haben early game accounts weniger punkte beziehungsweise benötigen sie weniger punkte und ab einem gewissen punkt ab einem gewissen level oder einer gewissen spielzeit ich weiß nicht wovon es abhängt steigert sich das und dann seid ihr auf dem normalen level wie wir es alle sind und da hat man dann trotzdem in manchen dungeon events 1300 punkte gebraucht das war das niedrigste punkte ziel das wir gebraucht haben einen meilensteinen um fragmente oder eben die jeweiligen rare champions falls es klassische fusionen sind zu bekommen 1300 überlegt mal das sind und das war nicht auf dem free to play das war auf meinem main das gab es glaube ich anfang letztes jahr oder sowas und das sind 1000 punkte mehr die wir jetzt brauchen und diese 2250 sind aktuell standard ich habe es leider vercheckt mehr bilder zu machen falls einige von euch noch ein paar bilder haben habt schickt einfach den link mit in die kommentare dann können die leute das auch angucken aber seit diesem jahr seit 2022 sind die punkte für die rare champions bei klassischen fusionen und für die fragmente immens gestiegen alle events brauchen jetzt 2200 punkte ist es egal wie ice golem habt spinne drache oder eben feuerritter immer 2250 das hat sich vorher das war vorher in einer range von 1300 bis ich glaube 2500 meistens dann für spinne die meisten punkte weil das farmt jeder am liebsten da gibt es das meiste selber etc deswegen ja und jetzt haben sie einfach einen klaren durchschnitt gezogen den sie extrem hoch gesetzt haben 2250 punkte war er auf der hohen seite die werden punkte gebraucht haben und das finde ich schon ein bisschen crazy dann geht es hier weiter artefakt event und artefakt events finde ich mitunter am krassesten dreieinhalb tausend punkte für die fragmente von nari es war jetzt bei der letzten bei gaios fusion genau dasselbe dann die wände zweieinhalb 2250 artefakt events haben alle dreieinhalb tausend punkte gebraucht vorher haben wir maximal 3000 punkte gesehen aber meistens zwischen zwei und zweieinhalb tausend für eben die ersten fragmente beziehungsweise die einzigen fragmente es gab in den artefakt events schon immer nur fünf fragmente oder ein rare champion die waren meistens zwischen 2000 und 2500 punkten die wir dafür gebraucht haben und jetzt hat sich das auf dreieinhalb tausend erhöht und das endgoal ist auch recht hoch das war früher auch niedriger ich kann mich noch daran erinnern dass wir zwischen vier und viereinhalb tausend punkte gebraucht haben um den letzten meilenstein zu bekommen korrigiert mich falls ich irgendwo falsch liegt aber ich bin mir fast zu hundertprozent sicher dass es so war ich habe schließlich alle fusionen letztes jahr mitgemacht und ja das finde ich ein bisschen krass das finde ich zum teil auch richtig frech dass sie das so hochgeballert haben und die champions sind nicht krass es sind jetzt keine brock nie champions ist es kein stern nick es ist kein rotos als ich angefangen habe gab es der rotos fusion zu dem zeitpunkt das war 2019 glaube ich und oder anfang 2020 bin mir gerade nicht mehr sicher aber da habe ich angefangen da gab es gerade rotos habe ich damals nicht machen können weil ich newbie war aber es gab auch so nick fusionen und die alten fusionen waren todeseinfach genauso wie die tormen fusion habe ich mir sagen lassen waren ultra einfach da hat man zum teil reas und ungewöhnliche champions aus der kampagne fusionieren müssen dass man am ende einen cernik bekommt überlegt euch das mal und jetzt müsst ihr ultra hardgrinden manche leute müssen ihre games ausgeben müssen sachen die sie im shop bekommen haben also gratis von player oder gekauft haben benutzen damit sie eine fusion schaffen für ein mittelklasse champion und das finde ich krass dann gucken wir uns das nächste event an ich habe jetzt nur drei oder vier events gemacht und hier haben wir jetzt ausbildungs event hier sind wir bei dreieinhalb tausend und dann brauchen wir plötzlich 9.350 punkte erst ihr seht 9.350 punkte ist crazy weil diese punkte die hier waren vorher also ungefähr bei zwei zweieinhalb und diese punkte waren vorher so bei fünf sechstausend punkten ab und zu haben wir die weiter oben gesehen aber das war ganz selten und dann wie gesagt korrigiert mich falls ich falsch liege waren es meistens die dritten fragmente die wir bekommen haben also ihr hattet vorher hier welche hier irgendwo welche und hier unten noch mal welche wenn wir dreimal fragmente oder rare champions beziehungsweise gab es da oft dann bei den klassischen fusionen epic champion sprich ihr habt hier eine rare und ihr hattet hier hinten dann bei sie macht tausend punkten manchmal bei 9000 punkten den epic champion um für die klassische fusion damit man sich das einfacher machen kann und da war es halt eben okay die leute die normal gründen kriegen die rares die anderen kriegen die apex ganz easy aber mittlerweile ist es super gestiegen in den punkten die einzigen events die gleich geblieben sind sind wir witzigerweise die splitter events aber ich glaube da würde dann die community komplett ausrasten entschuldigt leute ja da sind punkte gleich geblieben wir brauchen glaube ich zweieinhalb tausend für die letzten main steine für die fragmente den rare champion bei den splitter öffnen events oder also bei denen ich glaube splitter events und bei den beschwörungs events wo die champions zählen sind glaube ich dreieinhalb tausend punkte ich habe wie gesagt die grad nicht mehr da ich habe voll vergessen auch zum teil screenshots zu machen aber ihr habt sie bestimmt auch da ihr habt es bestimmt auch festgestellt dass einige im streamer mich schon erzählt hast recht das ist wirklich krass das ist mega angestiegen und ich finde es krass weil jetzt mal ganz im ernst wer von euch nutzt den nari und wo das ist halt der punkt das ist jetzt kein champion so war den bauch in einem arena team ein der hilft mir jemandem tower der kann der ist der kann der ist der kann der ist nischen champion der hier und da hilft jetzt haben viele gesagt gaios wird voll krass über die meter verändern und so und jetzt sehe ich ihn nur in der einzigen combo die auch nur in der offens gut ist weil der defense ist ultra einfach count aber diese ganzen kamikaze opfer teams mit soul drinker et cetera und ja ist auch nur für eine kleine nische da und das war es halt dann auch schon wieder natürlich werden irgendwann leute kommen und werden sagen hey guck mal den kann man vielleicht auch hier benutzen aber da ist es auch wieder nur eine kleine nische wo man den champion nutzen kann wo man wirklich sagen kann okay was ist das hier community geschenk ok cool nehmen wir leute weil sie es noch nicht gesehen habt es gibt community geschenke let's go aber auch wieder nur eine nische wenn wir jetzt überlegen für den brock nie bin ich wirklich bereit so hart punkte zu gründen ich habe hier bei gaios zweimal ersten platz gemacht das war glaube ich im feuerritter und in der spinne und habe mir somit voll viele fragmente gespart deswegen habe ich auch das letzte beschwörungs event das letzte dungeon event und in ice golem ausgelassen und glaube ich noch ein event konnte ich auslassen und deswegen habe ich den jetzt dann am ende doch easy mitgemacht aber ich werde in zukunft fusionen nicht mehr mitmachen die einfach wirklich nur mittelmäßig sind ja wo die champions einfach zwar cool aussehen aber halt nur für einen bestimmten zweck da sind oder eine kleine nische wenn die wenn wir überlegen wo brock nie überall hilft er ist in clan muss teams zum teil in weltrekord teams er ist in hydra teams mit unter den besten er ist für die arena super es für den tower mega geil ja er ist der key champion für die fraktion ja lauter solche späße ultra crazy klar fraktion schafft man auch mit fünf epics keine frage aber wenn ihr ein bruch nie habt könnt ihr zum teil 50er nackig mit laufen lassen oder sonst irgendwas ja es dauert länger aber der carry durch einfach durch kranker champion ja solche späße ein rotos zwei dreimal genervt immer noch bombastisch in der arena zerpflügt einfach alles was ihm in den weg kommt ja unglaublich crazy so nix selber spaß tormen auch crazy aber dann haben wir andere champions wie eben gaios wie eben nari wie opa denn ja dann haben wir was haben wir hier noch lass uns einfach mal kurz durchkommen ok kreeler in meinen augen bombastischer champion dann gibt es hier wer so ruell ja drogull elegarios brago case auch wieder eine ausnahme multiple nutzen ultra geiler champion so joshi roerich na ja die sind vielleicht hier und da gut aber nicht in meinen augen es wert so heftig und so viele punkte zu granken mittlerweile blatt der ist ja wohl wirklich einfach nur enttäuschend dafür dass es auch noch eine void ist okay wir konnten den fusionieren easy peasy ja ja mal ganzen doom tower champions doom tower champions doom tower champions ab und zu kommt meine epic in die fusion als fragmente auch mit rein die sind meistens auch müll kann man einfach nicht benutzen und da sitze ich halt daran denkt mir okay jetzt wollt ihr von uns zum teil doppelt so viele punkte haben und bietet uns immer schlechtere champions also der trend finde ich mit den fusionen geht immer weiter abwärts mit den champs aber die punkte gehen immer weiter rauf und das finde ich irgendwo krass und finde wir müssten wir mussten unbedingt jetzt mal drüber geredet haben das war ein topic das mich seit langem irgendwie sage ich jetzt mal bedrückt ja das wie so ein kleiner stein im schuh ich habe aber von anfang an gesagt ich werde dieses jahr kaum fusionen machen nur die die gut sind oder die man so nebenbei mitnimmt ich habe die zwei witziger weise nebenbei mitgenommen hatte eigentlich nicht vorab von anfang gesagt ich mache sie nicht mit und ja das problem ist aber auch dass in den dungeon events und so die laufen parallel dann sind taucher gleichzeitig mit der spinne und wir bekommen auch noch super rates meistens ist dann in einem oder zwei dieser events auch noch klar und das ist klar also grindet man gleich für fünf bereiche gleichzeitig und das ist eben der punkt wo ich dann gesagt habe okay abbreiten farme in punkte für cwc machen super rates ausnutzen viel mehr fahren schneller die energie runter klatschen und sagt mal plötzlich erst ein event dann nehme ich das natürlich schon mit ab den dungeon taucher auch fertig gemacht die jetzt auch viel mehr punkte brauchen als vorher und so war das dann punkt wo ich gesagt habe okay dann mache ich sie halt jetzt einfach mit aber ich werde in zukunft wirklich nur noch die them jetzt machen wo von anfang an das kit sagt hey den brauchst du hier dort und überall aber nicht mehr so was wir jetzt eben geils nari oder was was es gab jetzt noch ein zwei klassische fusion die habe ich gleich von anfang an ausgelassen weil ich gesagt der klassische fusion brauchen viel mehr ressourcen ihr müsst zudem noch tränke fahren wir müssen champions level in upgraden bla 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 habe ich direkt ausgelassen hatte ich überhaupt keinen bock drauf und ja dieses lieber haben als brauchen finde ich ist mittlerweile auch crepe weil es gibt so unglaublich viele events ich meine wir haben jetzt gerade dieses event und wir werden dafür jetzt dann auch polen ihr pullt aus einem selten legion kriegt noch ein ich habe jetzt von einigen aus meinem clan gehört ich habe ein schad gepult gleich legi wie ihr wisst ich bin bei 20 empili deswegen pull ich jetzt auch und dann gucken wir mal was abgeht aber ja zu den fusionen macht sie nicht also in meinen augen nur die die krass sind wenn ihr euch kein arm kein bein ausreißen müsste für ok wenn ihr immer noch sagt hey lieber haben als brauchen ok aber die wahrscheinlichkeit dass die champions gebast werden und dann broken sind und krasse wie es bei anderen war bei draco marschalt oder so ist ultra gering wir haben es im letzten volt patch gesehen oder update wo einfach wohl champions gebast werden sollten und dann was wurde aus einer ahnung wie sechs oder ja karl oder pixi oder allgemein gemacht ja nicht die krassen über champions es war einfach bei draco bei marschalt dass das überflieger geworden sind aber ja was soll ich dazu sagen also ich werde in zukunft nicht mehr so extrem machen mit den fusionen ich werde sie auslassen wenn ich mir wenn ich keine zeit habe sowieso wenn sie eh nur mittelmäßig sind sowieso und ja rate ich nur jedem auch wenn es krasse champions sind und ihr braucht die unbedingt dann keine frage aber die meisten sind es mittlerweile nicht mehr wert jetzt öffnen wir meine charts ich hoffe dass ich was kriegt bei mir geht es mittlerweile mehr auf gezielte champs und solche events masse stadt klasse ich hoffe dass wir ihn bekommen ich bin bei 20 im piri somit ist die chance sehr sehr hoch ich drücke mir selbst die daumen ich hoffe dass was kommt ich hoffe dass direkt am anfang was kommt und wir haben 21 im piri und wir haben 22 im piri das ist wirklich 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 krass und traurig endlich endlich meine dritte märtyrer cool und was haben wir cool begin der ist neu das ist geil begin wollte ich echt lange haben es ist immer noch kein fucking ghostborn aber ich hätte gerne ein ghostborn aber genau auf diese events warte ich genau auf so etwas warte ich ich öffne ein zwei charts drei charts in dem fall kriegt zwei leg ist raus das ist das was ich in zukunft haben möchte worauf ich kleine masse stadt klasse märtyrer kann ich jetzt entweder opfern für fragmente oder eine auf plus machen ich nutze ihn nur leider kaum also wer wird es er wird sich eher nicht lohnen deswegen werde ich einfach mal gucken ja fraktionswächter sind glaube ich auch noch nicht voll aber ja so sieht es aus wie sieht es bei euch aus macht ihr in zukunft fraktionen wie sieht es bei euch aus habt ihr schatz gepolt hatte die glück hatte die pech ich habe leute gesehen die haben keimau und ghostborn gezogen die haben lily und weiß ich nicht wikry gezogen es gibt aber auch leute die haben habe ich tatsächlich gesehen fix nir und opa hingezogen also ultra sad es kann halt gut es kann scheiße laufen so sind einfach schatz mit in die kommentare und dann sehen wir uns im nächsten video im nächsten stream ich bin euer alien peace